Also Start-Ziel-Sieg heute gegen Neustadt, Respekt erstmal an Neustadt, dass sie angetreten sind. Wir hatten von Anfang an, denke ich mal, Robawasser, das war auch von vornherein klar. Schwer getan in den ersten fünf Minuten, ist dann immer schwierig, die Konzentration da hochzuhalten. Dann aber eigentlich recht souverän in der Abwehr gestanden, vorne unsere Tore gemacht und konnte den Spielanteil verteilen. Und ich glaube, so geht das in Ordnung. Heute gegen acht Mann gespielt, schwierig die Konzentration hochzuhalten, haben wir aber geschafft. Wie verworfen, aber ich denke, unterm Strich ist das ein gutes Ergebnis. Klar, die Mannschaft wollte die 40 haben, aber man kann sich halt nicht alles hier schön reden. Aber trotzdem gute Leistung nach der hohen Niederlage letzte Woche, was wir haben gemacht.